Was geht ab, Freunde? Leon hier und hier. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt stellt euch weiter vor. Also, ich bin Matthew. Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Ich bin ein Freund von Leon. Und ihr könnt bei mir unten reinschauen. Hi! Also, mich kennt ihr noch nicht. Aber ich werde bald zu sehen sein. Ich weiß noch nicht, wie mein Kanal heißen wird, aber er kommt auf jeden Fall. Er wird in den nächsten Videos auch noch unten in der Beschreibung drin stehen. Okay, dann legen wir mal los. Und vielleicht werden wir so eine Gruppe noch machen. So Matthias, Matthew, unbekannt und AliTV und ich vielleicht. Nur vielleicht müssen wir noch absprechen. Vielleicht noch typisch Boy. Das ist noch ein Freund von uns. Und ja noch, vielleicht noch typisch Boy und ich sehe gerade so einen Spruch im Spruch. in einer Grundschule. Melvin ist ein Wupps-Gesicht mit einem kleinen Pipi-Mack. Warte, warte, warte. Also, ich habe da nur zwei Wörter zu sagen, okay? Ah! Melvin ist ein Wupps-Gesicht mit einem kleinen Pipi-Mack. Ich habe nur zwei Wörter dazu sagen. Das ist klar! Okay, das Video wird nicht lang gehen. Das andere Video werdet ihr auf Matthews Kanal sehen. Also, wie sozusagen eine Fortsetzung von dem Video. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen vom Markt. Kommt ihr mit? Ja. Gehen wir hinten? Oder hier? Was ist hier? Hier sind überall so Stände. Wie gewohnt habt. Hier gibt's jeden Scheiß. Da hast du voll. Wieder noch links. Hier Stücke, Männer. Der ist da hinten mit Adrian. Der ist mit Adrian. Wo denn? Ich glaube da hinten. Und ja, ähm... Also, man kennt ja alle. Also, so eine alte Schule. Da haben Leute haut rein.